Ich bin DIVUS Maxi, das kleine Kroko-Deal. Ich hacke obvieser alt. Sie bauen von euch ausgesehen auf der linken Seite hinten raus. Warte mal, wer ist heimlich auf Kroko-Deal? Ich habe gesehen, dass du dich in dir. Aber du wirst nicht mehr, du wirst nicht mehr, du wirst mir einfach mal. Von dem Kroko-Deal, ich kann sehen, dass du dich auf der Kroko-Deal. Ich kann dir, dass du dich, was ich gesehen habe. Wenn du es ab, wer es ab, wer es ab, wer es ab. Du hast es ab. Au. Dich meine ich ja. Ich bin las. Für WDXYZ ... Wo meinst du Tatum? Als Beck. Bei wem? Ekokroove. Baut mir mal den Weg davor safe. Wo lächelt er da? Warte. Bow down, easy. Junge, ich bin so in der Krise. Oh du hast so gut der MX hier. Ja ey, das geht richtig gut. Wir haben den Bow easy down. Da wird dich halt safe versuchen. Ich hab einen Block, das ist ein Problem. Ich kann mich nicht noch safe nehmen. Wenn du dich ein-sacst, kannst du ihn jetzt blieben. Wenn du davor gehst. Da ist jetzt ein Block. Dann kann ich den Block. Ja. Schade. Blief weiter. Blief weiter. Dann muss er drauf. Schön. Ja. Oh mein Gott. Ich kann noch keinen Weg behaupten. Du kannst... Wenn du schon viel die kurze Bauern haben, passt also auch. Ich kann noch einen Wegheer. Ich kann noch den Wegheer. Ich kann noch einen Wegheer. Ich kann noch einen Wegheer. Ich kann noch einen Wegheer sein. Von weg zu blab Conflation. Wir sind in der Le pipelines. Ich kann nicht den Blühlen weggnappen, wir sind beide an Leiter und sind eingebaut zum Teil Aber wir sind eingebaut am Bett, wir können die hinten halt einstehen mit der Zeit So, einer push Wasser wurde runtergeschlagen Oh mein Gott Der Watt ist down Das Bett ist doch fast auf Du kannst nicht schlafen, wenn du anstattstarten Wir haben es zusammen Du kannst nicht schlafen, wenn du anstattst Ich weiß, du willst mich sehen Ich bin die Zeit Ja, cool, ist sauer laufen, oder? Ja Er hat einen Hit Ich könnte in die Base gleiten Ja, wo das denn? Vorne links. Achtung, Deckner. Moin, Alex. Ach, ich weiß, du meinst vorne rechts aus diesem Einbruch. Ja, ja. Na ja, da. Welche Höhe ist das? Der Knockschutz ist 103 und in die Base kann man auch machen. Wo meinst du? Das ist ja der Knockschutz 103. Was? Der Knockschutz 103, wie viele sind am Bett? Äh, nur der Base, der baut grad Knockschutz zu Ende halt. Noch 1, 2. Knockschutz 105. Ja, der Hit. Können wir 13 machen? Ich auch kurz. Ah, da baut zu. Er öffnet sich in dem Programm. Er hat noch vorne auf den Knockschutz. Er hat noch von vorne auf den Knockschutz eigentlich. Oder nee, gar nicht. Er ist 2 hoch. Ich brauche nicht 2. Er wird schon so von TCW Kick, wie Jesus den Klangwerk. Der hat auch... Der hat 1 oder 2 Shots Maxi, oder? Einen. Oh, da kommt jetzt wieder... Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Oh, die Kuh. Aber pass auf, sonst verfolgt der andere euch, ne? Kommt noch der Titel auf den hier, ist noch weiter dran. Der eine, das so... Da sind die alle vier unten? Ja. Nein, nein, nein. Bases überreißen Schmerz, kommt einer hoch. Ja, ich bin oben. Ich bin oben. Ja, der hat nichts. Noch einer. Ach so, ja, bei uns. Ja, die Kuh geht hoch. Kommt hoch. Geht echt hoch. Einer hat sich wieder am Schutz hoch. Mappel, äh, Wemme ist links, hinter dir. Ich bin noch in One-Hits. Der, der hat noch die Kuh. Achtung, Wemme ist das unter dir. Der hat 13. Der hat noch eine Kuh, der eine. Einer kommt unter dir, Dave. Achtung, Wemme ist da. Der kommt zwei. Der eine hat vor der Kuh, einer noch nicht. Dings von dir, Wemme ist. Einer hat noch eine Kuh. Der noch nicht. Der noch nicht. Der noch nicht. Der noch nicht. Ja, was ist mit dem? Keiner. Axten zu dritt auf der ersten. Da müsste keinen gleich. Deswegen stacken die dann nicht geben. Töchisch. Egal, weil da hätte Dave dich gespielt, Wemme ist. Ja. Du hast dich gesehen. Hm. Da war allerletzte Eisenbahn so. Ey, es f*** so ab, wenn man den nicht spammen kann. Allerletzte Eisenbahn. Ey, es sind halt... Na ja, ein Haft. Da hat er eine Neuschrift in links. Ach, Achtung. Da kann ich gleich Hit gewähren. Wow. Wow. Echt von euch? Ich weiß nicht, in welchen Package ich spielen soll. Weil das wirklich scharfer. Äh. Ey, der ist weg. Wow. Einer geht vor der Kuh hoch links. Mhm. Der ist jetzt im Schutz wieder unter euch. Und wenn wir es. Wow. Mann, ich weiß nicht. Mann, scharf. Komm, wir mal eine Picke runter. Meine Picke ist kaputt. Komm da. Ah ne, gehst du runter. Kann noch keiner oben. Ey, das ist einer, der ist unter dem Schutz zu hoch. Achtung. Ey, ihr könnt gleich relativ viele Schafe machen, oder nicht? Ja, ich mach jetzt. Lass die hinten viele. Lass die hinten viele. Ja, saugen wieder. Ich muss sie noch machen. Ich würde die EC legen und dann die EC auf den TNT-Schutz mitnehmen. Und die innen... Na, lass dann oben machen. Haben wir nicht. Ja, lass einfach noch ein bisschen hier stayen. Lass einfach noch ein bisschen hier stayen. Mach die jetzt noch nicht. Leg die EC. Mach die aber dann erst vielleicht zum nächsten. Hallo. Oh, ich weiß vielleicht nicht. Der hat einen hinten, ne? Der hat noch einen mit. Aha. Ich kann einfach mal ein Essen reinbringen. Ich hab keine Pickett, ich kann leider da... Obvious, wie du reinhackst. Traurig, wie du fucke benutzt. Traurig, wie du einfach scale-point-exe-used! Ey, ich brauch mich quellig... Ich kann nicht auch meine Dio tun, wenn du willst. Wie habt ihr die gewollt? Chichi, in dem Divus Maxi einfach der beste Spieler ist. Chichi. Wenn wir es halt spät abgebaut haben, dann haben sie halt die anderen umgebracht, nacheinander. Hat er noch gar nicht. Das ist halt das Becken, hab ich gesagt. Halt die Fresse, zieh mir Rucksack aus. Ah. Ja, ist lustig. Ja, direkt dran, kommt ja. Halt die Fresse, wenn du mit mir redest. Hör mal auf, das abzubauen, du Hörstern. Ey, ich spiel doch dann. Er baute wieder recht. Ja, ja. Ah, jetzt kann ich specken. Wir nehmen sie. Rumi spiel. 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 wir haben ja ganz viele Wünsche Gras und die Kippen mit dann kommt der Kongo mit so Center Shocks, Alter ich hab Center Shocks dabei, Jungs! Boah, cool, hab ne Hammerstock! Boah, wenn ich mir Pascal's Schreibtisch angucke, weil er geschrieben hat Quid, Jungs! Mario... Mario Party, Odyssey, Zelda ne Fakon mit Raphaelos und n'n Delta! Maxi, Debo! Mario Party ist voll geil, Mann! Das riecht doch wohl, das ist super Mario, dass ich Mario Party... Achso... Und jetzt schwitzt mal... Na, Marco, provozier doch nichts, Mensch, was? Jetzt schreckt mal... Weißt du nicht... Mein Mist, ich glaub, die wissen, dass du da bist Na, das kennen die ruhig Wir haben leider keine Blöcke Ja, auch ohne Sneaken hier stehen, juckt mich nicht Ich hab überhaupt keinen mehr Marco, nur viele Blöcke mit Und brauchst safe, du, und so Hallo, Joey! Meine Schwester hat mir so'n Mauspad gemacht, also ne Giraffe... Ich bin der tatsiviert, oder? Tatum, ich hab den Dishlight, by the way, zurückgenommen Tatum, wir haben sich das gestern angefühlt gegen Falks zu gewinnen in der Q Oh, es war einfach Orgasmus! Die sind so scheiße, sind solche Snacks, Alter! Junge, ich hab das so gefeiert, wie die einfach ernst gespielt haben Die wollen... die... 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 also Moritz, hörst du mir der ganze Clan, meinte ich, hacke! Ja, ich... ich... wenn du vorne stehst, Achtung, bitte! Ich glaub halt nur, dass wir euch gesagt Copy, Dingster und Jono reinhacken Weil ihr spielt auch jeden Best-Off-Zimmer bei FCB, wo es kein Me-Play gibt, weißt du? Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, äh, bei Miko, also Copy-Strike, bin ich mir auch nicht ganz sicher Ach so, ach so... das habt ihr nicht von mir gehört, ja? Ja... ich frag mich nur, warum ihr immer Best-Off-Zimmer bei FCB... Äh... Chill, Marco, bitte komm! Ist echt zufriede, mal übern... Ich kann... ich kann's euch gleich mal sagen... Hör das halt da, ihr werdet da nicht runterkommt, der Akküter Schmutz! Ja, ich hab jetzt erst mal Safe gewonnen mit den Blöcken, wo ich dabei habe... Ja, gib Maxi noch... 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 Ja, du würdest lieber... Ja, ich kenn die Werbung... Ja, ich kenn die Werbung... Ja, ich kenn die Werbung... Maxi, wie viel brauchst du, Juni? Ich glaub, Elo-Polze hat jetzt nur noch Plus... Ja, ein paar Minus oder so... Jetzt ist wieder so Scheiß-Wetter bei mir draußen... Nee, so wie's mir geht, ich wohne in... Ey, was... Was ist eigentlich die SG-Top 10? Kompletter Regen wieder... Ja, ja... Die... Warum sind wir in der SG-Top 10? Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Achso... Achso... Okay... Komm, komm, komm... Ey, ich dachte, du bist Bremen-Fan... Ey, Kongo warst du gestern... Ich bin ja absolut der Bremen-Fan... Jetzt... BITTE... Jetzt... BITTE... MAPIS, hast du noch Blöcke irgendwo? Wo? Was ist? Es wird einfach zwei Leute rausgegeben... Marc, hast du noch irgendwelche Blöcke? Sehenstück oder so? Pass auf, Hellslim... Der Bower ist nicht low... Vielleicht mal ein bisschen... Wemes, wie es ist... Eine Pack, wo das Fadenkreuz und Kreis mit einem Punkt ist, was du immer benutzt hast... Ich dachte mir, nur das Fadenkreuz... Äh... Blue-UHC-Pack... Was ich editiert hab, noch ein bisschen... Aber das Fadenkreuz ist daraus... Ich denke, dass so... ... die Dinge in eine andere Richtung ist... Nicht nach oben, sondern so nach unten ab... Ja, das wär auch mal Abwechslung für Pascal, Alter... Wow... Dinge... Von Vaughn geroasted zu werden... Habt ihr das gesehen? Jaja... Der war wirklich schlecht... Was dann? Auf Twitter, was Vaughn gepostet hat gegen Pascal... Ich weiß nicht... Ich lese es dir gleich vorhin... Ich weiß gar nicht... Ich weiß auch nicht mehr genau... Die sind da zu... Die sind da zu... Zu dritt... Ja... Der andere gegen der 1-Stick-Roll... Der hat schon relativ geschlafen... Ey... Maxi... Nein... Ich muss 1-Stick-Safe machen... Musst du gar nicht... Der 1-Stick ist eh schon ziemlich safe... Ich schaue nach unten... Ich schaue nach unten... Dann muss einer von denen zu... Ey, Dave... Wenn du einen OP-Weg baust... Baut einen OP-Weg auf 204... Dann kannst du in die Base laufen... Und hinten drauf laufen... Boah... Ich kann ja alle höhens sagen... Ich... Misha hat gepostet... Gebt mir einen guten Song... Und ich fang an zu cutten... Boys... Und Born... Gehört... Ich seh die USA... Cuttet gerne... Bei traurigen Songs... Boah... Boah... Sof ist abgeschossen... One-Stick-One-Stick-One... Ey... Tau dich... Die machen Base-Dead, ne? Mhm... Das Ding... Der hat sich hoch... Ja... Er kommt hoch... Dummste... Der hat... Der kann nicht EP haben... Aber zum Glück... Nein, kann er nicht... Ja, die sind ja voll dumm... Ich hätt dann deren... Ja, ich geh jetzt... Ich brauch jetzt aber keinen PB mehr... Die macht mir Base-Dead, oder? Geht's einfach drauf... Ja, dann 3 gegen 3... Ich hab immer noch keinen Harnisch... Die ganze Zeit... Ja, auf, komm, komm, komm... Hast du da müssen... Eine Brustplatte mitgebracht? Nee... Na egal... Dann geht ihr beide vor... Der ist zurückgedarmt... Der würde jetzt EP werfen... Ja, mach ich das schnell... Ich geh nicht... Ich geh nicht... Komm... Ja... Ja... Oh mein Gott... Wie ihr die... Die kriegt ihr, oder? Oh... Nice... Wunderschön... Wunderschön... Luca, wirst du jetzt eigentlich entbahnt? Weiß ich noch nicht... Ich hab noch keine Antwort bekommen... Was? Also, ich hab noch keine Antwort bekommen... Halt... Mit dem... Fleckenflösschen... Ich hab's... Den Bock auf... Wir haben jetzt einer von unter die Blöcke weg... Mhm... Aber du wirst doch sowieso entbahnen... Wenn du mal... Ja... Etcher... Von daher... Geh... Nein... Alter... Wermes... Du brauchst halt keine Einzorgenrahmen... Ich find's mir ein bisschen affig, dass die... Nicht nachgucken auf dem... Was noch... Gespielt haben, sondern einfach... Eigentlich hat's... Gute brauche... Dann brauchen sie doch gar nicht... Bannen... Also wenn sie... Das kann ja nicht mal sichern... Wenn du vorne links dran springst... Ja... Ja... Vorne links... Vorne links... Vorne links... Ja... Max... Ich bring dir 3... Ja... 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 No... Wenn der fünf ist, der haben keinen Westen... Oh... 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 Er ist auch gespielt... ARD Text im Auftrag von Funk 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 Spawner ist von der Mensch nicht, das schaffst du ja München, wenn du getroffen wirst. Boah, bin ich gut. Ja, aber das wär ja genauso random wie auf 100. Ja, kann natürlich auch falsch sein, dann aber. Ja, beides ist ja dann zufällig, was richtig ist. Man kann ja beides nicht wissen. Ich glaub, der im Bow ist da. Es kommt darauf an, wo man den Lob getroffen wird, wenn man ganz oben ist. Ja, echt fort ganz oben. Und wenn man vorm Boden getroffen wird... Ja, dann schaffst du's eigentlich immer. Wenn du vorm Boden getroffen wirst, schaffst du ja nicht immer. Von der Glückssache halt eigentlich. Also da wird man nicht runtergesetzt, das hab ich so gelernt. Dann hast du aber deine Fallgeschwindigkeit ist dann so langsam, wenn du kurz vorm Boden getroffen wirst. Oh, 90% man. Wenn du nicht in diesem Fall wirst, schaffst du nie immer. Ich werde dich so erg späiler mit dem Mest. Du weißt, was das ist ja gar nicht mehr. Bis zu deinem Charter. Wenn du computational dich zu spätten 53. Und du weißt? Und du weißt, weißt du, oder du bei dir schaffst, bei uns. Das hat sich da unten grad wie als Speck beworben, es wollte ihm den Rang geben. Den Typen da, der war jetzt ja Speck beworben, das ist wohl unbedingt Specken. Wer denn? Ja, der Speck, ich weiß nicht wie er heißt. Nessi Duf Stomi? Nein, irgendwas mit N war dann, ich kann doch nachschauen, Nero. Nessi Duf Stomi? Nein, 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 was mit N, Junge? Nero? Nein, Hilfe! Kaiser Nero? Nein, Hilfe! Ich schalte mal dein Gehirn ein. Fett. A2-istol. Nero, achhi-chi. I fuck A2. Okay, last row gegen Robo, ey kommack! Bis zum nächsten Mal.